Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Salzburg in Österreich. Ich habe dieses Wochenende mir ein bisschen Urlaub gegönnt. Ich nehme euch ein bisschen mit. Und falls ihr den Kanal immer noch nicht abonniert habt, dann lasst doch jetzt ein Abo da, klickt auf Glocke aktiv und doch gern mal wieder 1000 Likes, Leute. Ich bin schon seit gestern hier in Salzburg, hat hier ein leckeres Wiener Schnitzel und einen sehr, sehr guten Apfelstuhl. Ich genieße heute das schöne Wetter, schaue ein bisschen hier durch Salzburg, nehme euch gerne mit und wer weiß, was sonst noch passiert, Leute. Also, ich würde sagen, Zeit fürs Intro und wir legen los. Was ist denn das für Masken hier? Was sind das für Gesichter? Haus für Mozart, Felsenreitschule. Ah ja. Oh, die Salzburger Festspiele, das Nachwalt. Was ist denn das für einer hier? Das ist eine komische Gestalt. Das haben sie mal so richtig geschützt hier mit so einer Kuppel. Das muss denen richtig was wert sein. Schade. Sieht natürlich nicht so schön aus, aber es ist so schön in Salzburg. Die Leute sind hier so entspannt. Schöne Stadt, schönes Wetter. Hä? Leute, habt ihr es gehört? Das kann doch nicht sein. War das Siren Head? Na, der ist doch nicht in Österreich, oder? Habt ihr auch was gehört? Dann schreibt sie jetzt bitte in die Kommentare. Das kann es doch nicht sein. Ich bin hier im Urlaub zu machen und nicht um jetzt hier Siren Head zu begegnen. Oh mein Gott, Leute. Das sind schon Wahnsinnsgebäude hier. Herrlich. Wer steht denn da auf der Kugel? Ach so, das ist nur eine Figur. Ich dachte, da steht wirklich einer. Da fahren wir dann mit der Bahn später hoch. Da hier können die Leute Schach spielen. Aber momentan spielt keiner. Könnt ihr Schach? Habe ich früher oft gespielt. Ich spiele nicht schön. Einfach nur herrlich und entspannender. Hier haben sich die Leute verewigt. Vielleicht hat der Siren Head auch was hingeschrieben. Der Game Master. Seht ihr irgendwas? Jetzt muss ich erst mal aufs Klo. Auch sehr schön. Sehr schönes Wasser. Aber kein Siren Head. Gott sei Dank. Da geht es zur Festungsbahn. Da gehen wir doch mal hin, oder? So, da geht es zur Festungsbahn. Da müssen wir ein bisschen warten. Ja. Da geht es zur Festungsbahn er석ieren. Jetzt wollen wir dasiced. Jetzt geht es zur Festungsbahn. Ja, da geht es zur Festungsbahn. Da geht es, also Passat録 beigeligt zu Hause. einfach nur herrlich leute herrlich so wo kommen wir dahin schauen wir doch mal hoch leute ist das hier eine herrliche kulisse hier oh man ist das schön ich könnte es wieder hören das ist doch schon wieder sein oh die berge die berge leute hat ihr ihn da ist das seil seht ihn eben mein guter leute er muss ganz nah sein ich schwitze schon richtig so warm heute musste man hier schon wieder schöne gebäude sind das hier schöne ich bin schon wieder die geräusche von siren hat bin ich der einzige der gehört kennen die leute das nicht oh mein gott ihr seid alle in gefahr und wisst es nicht aber ich muss ihn doch irgendwo sehen leute ich muss mich verstecken aber wo ich kann mich noch verstecken da ich muss mich noch was die klaschen mein gott Oh, 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 oh. So, jetzt gehe ich in die Welt der Marionetten, hier brauche ich noch eine Maske, schauen wir mal rein. Oh, 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 oh. Meine Federmäuse, oh mein Gott. Was war das denn für ein gruseliges Lachen? Oh mein Gott. Oh, das ist eine Hexe, ein Zauberer. Es gibt ja echt schon gruselige Marionettenköpfe, Leute. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist das? Was ist das? Was ist denn das hier? Oh mein Gott! Einfach so herrlich hier! Wenn ihr in Salzburg seid, unbedingt hier her schauen. Ob ich mir das unter ein Bierchen gönnen soll. Gleich schaue ich weiter nach Siren Head hier. Ich finde ihn noch. Oder nicht? Jetzt bin ich wieder gestärkt. Jetzt kann ich mich wieder auf die Suche nach Siren Head machen. Ob ich ihn finde? Wer weiß. Leute! Da sind wirklich Geräusche. Ich höre ihn wieder. Ihr auch? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dann wird es mal wieder Zeit abwärts zu gehen. Aber erstmal Maske wieder auf. Dann geht es mal wieder zurück. Dann geht es mal wieder abwärts. Glockenturm. Alles klar! Alles klar! Was für eine herrliche Aussicht Leute! Komm nach Salzburg! Besuch lohnt sich! Jetzt geht es wieder zurück! Oh mein Gott Leute! Hört ihr es wieder? Dass ihr wieder Siren Head? Oh Mann! Die Geräusche! Aber ich sehe ihn nicht! Man müsste ihn doch von hier aus sehen! Ich muss hier schnell weiter! Der muss ganz in der Nähe sein! Oh mein Gott! So schnell ist es! Aber ich sehe ihn seitdem die Siren Headache! Ich sehe ihn über ein paar Jahre. Die Siren Headache! Außen 93 00s! Oh mein Gott! Sie sind in der Nähe! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier kann man sich so Fotos wie aus dem Mittelalter machen lassen Wie ich wohl im Mittelalter ausgesehen hätte Ich weiß ja nicht Und so schnell ist man wieder unten bei der Kugel Da sind wir wieder Und ganz da oben, da war ich Ganz da oben Aber ich würde sagen, ich gehe mal langsam wieder weiter Und da sehe ich schon die Mozart-Stapel Da gehe ich auf jeden Fall bei Ihnen Hier ist an Weihnachten auch immer der Weihnachtsmarkt Die Polizei, jetzt geht's an Da ist die Mozart-Figur Das ist Lebensgefühl, das ist ein Freiheitsgefühl Was für eine schöne Atmosphäre hier Die Leute sitzen zusammen Machen Musik Singen ein bisschen Das ist Lebensgefühl Aber jetzt muss ich weiter Das sind aber auch sehr schöne Gebäude, Leute Oh mein Gott, dass er die Drehgeräusche von Siren hat Oh mein Gott Verfolgt er mich Was ist denn hier los? Die ganze Straße aufgelöst Jetzt sind wir dann schon in der Shoppingstraße hier Hier geht's natürlich wieder ab Da schaut mal, Leute Hier wurde Mozart geboren Das ist sein Geburtshaus Und heute ist es eben auch ein Museum Wo man besuchen kann Bestimmt einen Besuch wert Aber leider keine Zeit Ich muss Siren hat finden Welche Richtung soll ich jetzt? So, rechts Und doch links Ich weiß einfach nicht, wo ich hinlaufen soll Schreibt die Kommentare Was haben wir hier denn für die Gasse? Ein Würzhaus Elefant? Was gibt's denn hier? Gibt's einen Elefanten? Die sind bei Leier Also Leute, ihr seht schon Das Leben ist zurück Zumindest in Salzburg und Österreich In Deutschland ist es noch ein bisschen eingeschränkter Ein Besuch in Salzburg Lohnt sich auf jeden Fall immer Natürlich wird heute auch wieder jemand gegrüßt Und zwar der Gruß ist hier, da Ja, wir schauen noch ein bisschen um Genießen noch mal eine Zeit in Salzburg Und wir sehen uns bald wieder Oh nein, wir haben wieder die Geräusche Er ist doch noch da Oh mein Gott Was haben Sie denn für Geräusche? Da kann man doch nicht schlafen Oh nein, Leute Das macht mir einfach Eine Flasche hier Leute, hört ihr das auch? Ich versuch wirklich zu schlafen Und Ich hab jetzt wieder 3 Uhr nachts Und pünktlich um 3 Uhr nachts Guck mal, diese Sirenhead-Geräusche Oh mein Gott, Leute Ich würde nicht warten Da schauen wir doch gleich mal aus dem Fenster Oh mein Gott Ich, dass dieses Sirenhead direkt Voll im Hotel steht Wow Können wir hier den Sirenhead sehen? Ich seh nix Die Geräusche werden immer raus Oh mein Gott Wie könnte denn was sein? Oh nein Oh nein Oh nein